Neues Spiel, neues Glück mit Sputnik. Ja, ja, machen wir mal. Wenn es schief läuft, läuft es schief, dann ist es so. Oh, das sehe ich schon im ersten. Ich sehe aber nur einen. Ne, zwei. Ja, es sind einige da. Ich gehe hier rein. Sehr geil. Ja. Boah, geht es aber schnell. Schnell und gut, das passt natürlich nicht zusammen. Ja. Ja, ich auch. Ja. 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 ok ich hatte ich das gut was hast du gefunden wie ist denn das eigentlich kann man jetzt damit löcher machen oder nicht das 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 ich weiß nicht ob das noch geht aber man kommt immer mit c4 so so richtig krater bauen die haben das aber glaube ich wieder deaktiviert ich weiß nicht was der aktuelle stand da ist alter schwede ja ja das gute ist gut ja ich habe gesehen hier markiert gelb gelb am gelber marke ist auf der anderen zeit komm mal zu mir bei mir ist ganz ruhig gerade ja passt doch jetzt nicht mehr da irgendwo ja ja ich sehe ihn hinter dem baum ein bisschen schiss dass von hinten noch einer kommt auf jeden fall der typ da draußen macht mir weniger sorgen jetzt bin ich glücklich okay das passt den kasper gibt es noch oder ja der hockt da einfach nur hinter welchem baum hockt dann okay ich sehe ihn auch noch rechts von uns ist einer einer ist genug beide weg es ist nur noch der captain da oben der captain hinterm baum ist noch da wir müssen aufpassen da drüben ist auch noch einer krass hat mich genug ich komme zu dir hoch ja hier hilft mir safe sein glaube ich dieser k98 ist immer so nervig ein schuss und du bist weg echt wir müssen ein auto auf treiben wir brauchen ein auto in der in der stadt gibt es glaube ich irgendwo eine garage stand eins drin ich muss schauen hier steht eins auf einer tankstelle sehr gut da ist auch gerne das fahren weil ne uhrzeit ist besser ja alles klar fahr du mal alles klar wie gesagt wie machen wir das bei uber du trittst alle vor uns ist einer auf der rote was ich bin dran vorbeigefahren wie geht denn das was ist das was ist das wir haben noch ein buddy am start komm wir verziehen uns einfach ne die machen wir fertig die müssen wir fertig machen ok jetzt haben wir sie hast du ihn sauber ich hatte gedacht das auto erschlägt mich wollen wir nochmal schnell ein bisschen looten die typen ja bitte bitte das machen wir so viel zeit muss sein das sind ja noch jung war einer von diesen zwei kaspern der mit der k98 glaub schon ne ja der hier äh nimm mal den chammer pack der ist glaube ich gut diese dings du weißt schon dieses ähm ach wie heißt das ding auf deutsch ähm ja das ding was ähm vergiss es vergiss es krieg's jetzt nicht auf die reihe äh äh störsender störsender heißt's ok dann let's go ich frag mich jetzt gerade welche Karre weniger am Arsch ist ich glaub unsere Ondel road let's go voll in Ordnung der Mark dann hüpfe ich bei dir rein ich will lieber nur mit einem Auto fahren weil ähm dann kann ich rausschießen ach so wir müssen die Platz wechseln alles klar ne passt schon passt schon Wie fahr man? Einfach, wo ist denn die nächste Brücke? Wo müssen wir hin? Gelber Marker, okay, alles klar. Ja, es ist richtig weit weg. Wollen wir den Buggy nehmen? Ne, ne. Das ist jetzt zu spät. Zu spät. Zu spät. Warte mal, ich kann dir... Ah ja, okay, alles klar. Es ist schon weit. Es ist schon weit. Geh, geh, geh! Oh! Ich muss das Game unbedingt auf Deutsch umstellen, sonst fallen wir die ganzen Begriffe immer nicht ein. Oh mein Gott! Ah, das wird schon. Das wird schon. Vollstes Vertrauen. Wollen wir was krasses machen und das Moped nehmen? Ich fahr. Warte kurz. Warte, warte! Was machst du mit der Pfanne da? Drauf, 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 drauf! Ach shit, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen echt an den Kaspern vorbei. Oh mein Gott! Ich bin gar nicht sicher, ob das frei war. War da nur einer? Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht ausprobieren. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's. Sind wir cool oder sind wir nicht cool? Das ist die große Frage jetzt. Boah, das ist ein stressiges Match bisher, ey. Meine Güte! Das ist die Ducati Quattro Parmigiani. Da kommt ein Auto. Wir müssen irgendwo in ein Haus rein. Sofort raus und ins Haus rein. Da ist einer rechts. Oh mein Gott, rechts von uns war einer. Rein ins Haus. Oh no! Ich hab mich selbst genockt. Ich hab mich selbst genockt. Oh mein Gott. Epic Fail. Die sehen uns nicht. Die sehen uns nicht. Die haben uns nicht gesehen. Ich feier das. Jetzt müssen wir weiter, ne? Wir sind nicht in der Zone drin. Ja, jetzt muss ich aber ganz kurz erstmal hier ein bisschen verarzen. Ich bin vom feilen Motorradfahren etwas mitgenommen gerade. Was kommt das? Ich kann das gar nicht erklären. Das liegt an meinen Driving Skills. Oh mein Gott. Leute, Leute. Was für ein Match bisher. Okay. Okay, let's go. Shit. Alles wenns, das sind schon... Ah, wir müssen... Gebt nicht an das. Rechts von uns Auto. Hm? Das Wahnsinn. Wieso, was ist los? Ich hab gedacht, wir gehen jetzt mal safe in die Zone. Nee. Einfach draufrotzen. Let's go. Push, 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 push. Push, push, push. Push, push, push. Die Dudes kommen jetzt gleich von links. Ja, das befürchtet ich auch. Ja. Man lebt nur einmal. Ich könnte weiter nach links gehen. Boah, vor uns ist ein Sniper mit Charlie. Richtung Nordwesten. Vor uns Sniper Charlie. Oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich bin nicht mehr so jung, ey. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr so. Dieses Spiel. Und ich fange an, Hamburgerisch zu sprechen. Das ist schon noch ein schlechtes Teil. Das passiert uns auch nicht. Was ist das? Sag jetzt bitte nicht, dass du aus Hamburg kommst. Nee, nee, ich komm aus Franken. Okay. Die Typen müssten eigentlich jetzt auch noch demnächst noch auftreten. Das ist ja auch nie. Hier nochmal eine Zone rein. Obwohl da kam die Charlie Schüsse her, ne? Das ist kein Feuer hingemacht. Der ist nicht so schlimm. Schnellig raus. Oh, shit, gefällt mir hier gar nicht. Ey, weißt du was wir machen? Wir legen uns einfach hier irgendwo hin und warten, bis sie sich gegenseitig Platz gemacht haben. Das ist super. Du meinst, das ist nicht gut, so rumzuratten? Ach, ich weiß jetzt nicht. Wirklich? Ich hab immer noch mein Motorrad-Burnout hier. Ich hab immer noch mein Motorrad-Burnout hier. ... ... ... ... ... Die kommen hundertprozentig jetzt gleich aus dem Dings raus, aus der Siedlung da rausgepusht. Hubschrauber über uns. Ich frage mich echt, ob man draufschießen soll. Die killen sich gegenseitig jetzt. Ja, guck, ist nur noch einer übrig. Ist noch einer da. Gelber Marker. Indere Kisten oder was? Ja. Ich hab ihn zwei- oder dreimal getroffen. Ich nicht. Hast du Radio an oder was? Schaust du gerade Richter Alexander Holt? Warte, ich geh mal eben. Ich glaub, du schaffst gerade Richter Alexander Holt, oder? Hey, das war, äh, da war Teamspeak auf dem anderen. Ach so, ich dachte. Das hast du gehört? Ja, ich hab voll die guten Ohren. Ja, aber ich hab ein rechtes, schlechtes Headset, das? Also, das ist wahrscheinlich die Kombination. Die Jungs kriegen jetzt auf jeden Fall gleich ein Problem, wenn sie da unten bleiben. Hat er einen Schermer? Äh, ich mein, ein Störsender? Wolf, der läuft da. Da ist er schon. Link nach links ist er gelaufen. Eigentlich müssen wir uns mit ihm... Eigentlich müssen wir uns mit ihm nicht anlegen, ne? Der Schalldämpfertyp da oben macht mir ne... Komm mal, komm mal mit zu mir, bitte. Ich will den Schalltypen da weg haben. Ist hier oben irgendwo. Highground ist das, was... Hier gefällt's mir. Direkt vor uns. Ich seh ihn. Nee, ich seh ihn doch nicht. Doch, ich seh ihn. Der liegt da. Er liegt da. Gelber Marker. Er liegt an meinem... An meinem Marker. Ja, ich leuchte nach rechts. Leuchte nach rechts. Das ist kein Problem. Das sind die anderen. Müssen wir aber auch. Shit. Ich hab ihn ein Hütter gegeben. Ja, okay. Ich seh's, ja. Nice! Nice! Komm, 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 komm. Hierher. Hat er denn noch ein Buddy dabei gehabt oder war der gleich tot? Der war gleich tot, ne? Der war gleich tot. Ja, du. Allein, allein. Warte, ich muss mich mal in den Bus schauen. Ich hab so viel von dem Scheiß. So, jetzt kommt das berühmte Mikado. Wer sich als erstes bewegt, verliert. Ja, das sind wir, weil wir in die Zone müssen. Lass mal runter marschieren. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, ey. Lass uns die Sekunden ausnutzen. Jede Sekunde zählt bei sowas, weil... Das ist egal. Wir warten jetzt mal kurz ab, weil wenn du es jetzt anschießen hörst, dann haben wir eigentlich das Match gewonnen. Dann müssen wir nämlich nur noch abstauben. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Und der Baum ist in der Zone. Ah, nee, stimmt nicht. Der wäre in der Zone. Den müssen, da müssen wir hin. Ist nicht weit. Die Chancen, dass die sich jetzt gegenseitig über den Weg laufen, sind hoch. Ich würde mal den Lockvogel machen und mal loslaufen. Ja, ja, let's go. Also, gib dir Mühe. Ich gebe mir immer Mühe. Aber wie sagte mein weißer Arbeitskollege von mir, Mühe allein genügt auch nicht. Das kann ich mir vorstellen. Shit, jetzt haben wir jetzt mal gekniffen mit der Zone, ey. Nice. Wo war der? 50. Ja, habe ich auch gehört, ja. Da würde ich es dann auch tippen. Wir sind nicht Birne. Jetzt haben wir gelitten. Wir müssen auf sie zu pushen, das ist nicht. Geh mal vor. Lass mich vorlaufen. Ich treffe eh nichts. Noch mal Booster rein, Booster rein. Zwei gegen zwei ist jetzt. Ich seh ihn. Gelber Marker. Boah, ich hab... Ja, sehr gut. Ich komme aufs Angebot zurück. Okay. Boah, er hat mich getroffen. Schön. Boah, er ist direkt vor dir. Wer ist direkt vor dir? Nein. Ja, hau dir eine Granate auf die Mütze grad. Ich seh... Oh, nee, ich war zu... Das war mein Fehler. Die haben beide Gillis... Die haben beide Gillis-Sie-Tuts. Beide bei mir hinterm Baum. Ja, ich weiß. Sehr gut. Ja, ich weiß, ich sterbe jetzt. Da machst du nix, ne? Da machst du nix, ey. Gegen die zwei Gillis-Dudes? Schwierig. Schwierig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja.